Guten Morgen, liebe YouTube-Freunde, es ist Samstagmorgen, 7 Uhr, wir fahren da auf einer schlechten Strasse. Nach wenigen bringen da meine Eiweißerbsen in die Genossenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin da 15 Minuten zu früh. Die Getreidesammelstelle schläft noch. Ja, das ist die Ausbeute von 3,3 Hektaren. Ich denke, es ist nicht so viel. Leichter Staubanfall. Ich bin verrückt von diesen Eiweißerbsen. Das ist nicht so viel. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017